Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge The Book of Unwritten Tales. Und diesmal ist auch der Björn dabei und also als Ehrengast quasi. Achso. Ja, wo haben wir aufgehört? Wir waren eben in der, was heißt eben, in der letzten Folge haben wir mit dem Ork gesprochen und jetzt müssen wir irgendwie einen Weg finden in die Ork-Festung reinzukommen, um Wilbur wiederzubekommen, der ja dort als Preis für das Ork-Turnier oder den Wettkampf eingesetzt werden soll. Ja, ich bin ja mal gespannt, wie wir jetzt hier irgendwie weiterkommen und ich würde sagen, wir sprechen einfach nochmal mit allen Leuten und gucken mal, ob da man da irgendwie was drehen kann, ne? Tja, ich habe keine Ahnung. Ich sehe nur den pinken Liegestuhl, der gefällt mir. Der ist schön, ne? Der ist gut. Finde ich auch. So, wir sprechen mal erstmal mit unserem Liebling. Ja? Siehst du? Mal sehen, was er sagt. Ja. Du bist doch ein Paladin. Ja. So mit Hammer, Schwert und Rüstung. Ja. Kennst du jemanden, der damit umgehen kann? Ein Krieger? Tut mir sehr leid. Mit solchen Barbaren gebe ich mich nicht ab. Das ist auch wieder... Ja, okay. Ich glaube, der kann schon mal nicht helfen. Gehen wir's los. Männerkram machen. So, okay. Der kann uns anscheinend schon mal nicht weiterhelfen. Mit sowas gibt er sich nicht ab, hat er ja gesagt. Gehen wir nochmal zur Bekifften. Ja. Fragen kostet nichts, ne? Bisschen Geduld, glaube ich, bei dem, aber... Oh, schön. So, äh, ja, genau. Du hast doch bestimmt eine clevere Idee, wie ich ins Org-Lager da draußen kommen kann. Also, körperlich meine ich. Nicht spirituell oder so. Erstmal ziehen. Genau. Danke für deine Hilfe. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier drin mit der Luft nicht. Oh, nein. Viel Glück auf deinen Reisen. Also, der kann... Auch nix. Der kann uns überhaupt gar nicht helfen. Ach, du Schande. Ähm, okay, dann gehen wir nochmal zu, zu unseren, äh, sieben untoten Freunden. Vielleicht können die uns ja helfen. Äh. Gulliver vielleicht. Hey, Gulliver. Ah, der Lebende. Hi, Gulliver. Sieht so sexy aus. Ja, das ist Wahnsinn. So. Anscheinend haben die Orks Wilbur zu einem Preis bei einem Kriegerwettkampf gemacht. Kennst du zufällig einen Krieger? Einen Krieger, der gegen einen Ork im Kriegerwettkampf antreten würde? Richtig. Und der hier in der Nähe lebt? Nach Möglichkeit. Ach ja, und wenn's geht, sollte er nichts kosten. Ach so. So einen gibt es wohl nicht? Wohl nicht. Und der soll nichts kosten. Wenn ich keinen Krieger finde, der Wilbur da raushaut, habe ich wenigstens mein Bestes getan. Das war dann halt höhere Gewalt. Du könntest selbst im Wettstreit antreten. Genau. Sehe ich aus wie ein Krieger? Soll ich mir ein paar Handeln schnappen und bis heute Nachmittag meine Oberarme aufpumpen? Meiner Erfahrung nach gibt es zwei Wege, um ein gefürchteter Krieger zu werden. Der erste Weg ist der Weg der Erfahrung, des Talents und der Fähigkeiten. In zahllosen Schlachten musst du Erfahrung sammeln, durch Technik dein Talent herausarbeiten und alle deine Fähigkeiten verbessern. Du musst das Wesen des Kampfes besser verstehen als alle anderen. Niemals darfst du aufgeben. Jedes Detail muss dir wichtig sein. Dann, nach einer langen und qualvollen Zeit der Erniedrigungen und Niederlagen, wirst du ein akzeptabler Krieger sein. Und der andere Weg? Du brauchst eine unschlagbare Ausrüstung. Wenn deine Waffen und Rüstungen besser sind als die aller anderen, kannst du als Krieger ein Versager sein. Deine Ausrüstung macht die Arbeit für dich. Das, das könnte etwas für mich sein. Ich besorge mir eine unschlagbare Ausrüstung, rette den Kleinen und bin der Held des Tages. Irgendwie ist das auch nur so ein bisschen ein Wink mit dem Zaunfall. Alle aktuellen MMOs, vor allen Dingen World of Warcraft und alle möglichen Klone sind da ja auch sehr gut drin, tatsächlich so zu machen, dass man, sobald man die dicke Ausrüstung hat, ist es scheißegal, wie gut man spielt. Man kann alles erreichen. Ja. Das unschlagbare Kriegerset. Genau, wo kriegt man das denn her? Ich denke mal, hier in der Nähe gibt es ein legendäres Kriegerset. Wie kommst du denn darauf? Och, nur so eine Ahnung. Tatsächlich lässt sich ein mächtiges und berühmtes Zet hier in der Nähe finden. Aber woher? Besteht es vielleicht aus mehreren Teilen, die hier überall in der Gegend verstreut sind? Und für jedes Teil muss eine Reihe haarsträubender Aufgaben erledigt werden? In der Tat. Es sind der Helm, der Schild und das Schwert der Macht. Aber wie... Also, was soll ich für dich tun, damit du mir weiterhilfst? Nun, du... du könntest mir bei meinem Körper helfen. Was fehlt? Ich brauche eine Lunge. Und? Ein Herz. Und als drittes? Muss alles unter Strom gesetzt werden. Ein Blitz. Der wird meinem Körper Leben einhauchen. Aha. Wenn du mir hilfst, verrate ich dir den Aufbewahrungsort des Schwertes der Macht. Und vielleicht wissen die anderen, wo sich der Helm und der Schild befinden. Darauf möchte ich wetten. Irgendwie macht es keinen Spaß, wenn du so bist. Ja, es ist... Die Lunge kriegt er doch bestimmt von unserer kiffenden Kuh. Die ist bestimmt super, die Lunge von ihm. Äh, ja, äh, okay. Vielleicht hat er ja eine Ahnung... Bist du sicher, dass du eine Lunge brauchst? Wofür soll eine Lunge in einer Maschine gut sein? Wozu wohl? Sie versorgt den Körper mit Sauerstoff. Und wozu brauchst du den Sauerstoff? In den Mitochondrien, den Kraftwerken der Zelle, wird mithilfe des Sauerstoffs aus Zucker Energie gewonnen. Die Energie wird für lebenswichtige Organe benötigt. Insbesondere fürs Gehirn. Du bist ein Totenkopf. Du hast kein Hirn. Du lebst ganz ohne Blut, Sauerstoff und Zucker und all den Kram. In meiner Konstruktionsanleitung steht ganz klar, dass ein Mensch ohne Lungen nicht leben kann. Du meinst die Cornflakes-Packung mit dem Kinderspecial, dein Körper und du, fünf Wege zur richtigen Ernährung? Ich habe nur eine Chance und ich will es richtig machen. Also bring mir eine Lunge. Okay. Wo soll ich denn hier ein Herz hernehmen? Du könntest mir deins geben. Er hat doch keinen. Ich versuche nur zu helfen. Hast du nicht Terminator 4 gesehen? Da wurde doch auch... Ach nee, ich darf nicht spoilern. Nicht, dass dann jemand wieder sagt, ah, der Film. Nee, ähm, ja. Den wollte ich ja noch gucken. Wir haben den zusammen geguckt. Äh, Kriegersicht. Wie war nochmal unser Deal? Du besorgst mir eine Lüge. Ach ja, nee, nee, komm, nee, nee. So. Ich muss weiter atmen, meinen Herzschlag spüren, solche Sachen. Lass dich nicht aufhalten. Solche sind richtig. So, was kann denn der Anführer der Untoten uns helfen? Ah, der Lebende. Der sieht nicht aus, als hätte der irgendwelche Organe für uns. Nee. Vor allem Schwert hat er das schon mal. Die Orks haben aus meinem Freund einen Gewinn bei so einem blöden Kriegerwettkampf gemacht. Kennst du vielleicht einen Krieger? Mit Kämpferei kenne ich mich nicht aus. Ich war früher ein Gaukler, ein Harlequin. Frag mal Gulliver. Der ist viel herumgekommen. Äh, okay. Weißt du etwas über ein Kriegerset, das hier in der Nähe verborgen sein soll? Ja, schon. Es gehörte einem reisenden Ritter, der vor etwa einem Jahr hier in der Nähe gestorben ist. Und ich weiß auch, wer seinen Helm hat. Wer? Das soll ich gerade dir verraten? Du hast deine Freunde hintergangen. Vielleicht willst du dich mit dem Helm aus dem Staub machen. Ich will Wilbur befreien. Puh. Du hast vermutlich noch nie etwas Selbstloses getan. Aber jetzt tue ich es. Beweise mir, dass du selbstlos handeln kannst. Bringe den Paladin dazu, mir zu verzeihen, damit dieser Balken verschwindet. Ja. Wäre dann aber alles andere als selbstlos von mir. Ich würde dir nur helfen, damit du mir hilfst. Ich wäre bereit, darüber hinwegzusehen. Immerhin geht es hier um deine Charakterbildung. Wer ist jetzt hier selbstsüchtiger? Ja, ja, ja. Vielleicht weiß der Paladin auch noch, wo was versteckt. Ich habe mit dem Paladin gesprochen und es sieht so aus, als würde er dir niemals verzeihen. Ich habe auch nicht erwartet, dass es so einfach wird. Ich ehrlich gesagt auch nicht. Was soll ich tun? Lass dir etwas einfallen. Ich muss aus seinem Munde hören. Ich verzeihe dir. Erst dann wird sich dieser Balken öffnen. Ich begnadige dich. Ja, ja. Okay. Ich muss weiter. Wiedersehen. Wir können ja nochmal unsere... Mach gut. Und denke daran. Wir Untoten sind eure Freunde. Streng riechende, tote Freunde. Wir können ja nochmal mit der klagenden, ertrunkenen hier sprechen. Vielleicht hat die ja auch noch eine Idee. Na? Wie geht's? Ach so. Dir ist beim Trauer nicht zufällig ein Kriegerset untergekommen? Ein was? Du weißt schon. Schwert, Schild, Helm? Einen Schild habe ich gesehen. Weißt du, wo er ist? Mein Maximilian hatte auch einen Schild. Einen großen, strahlenden, geschmückt mit den Federn eines... Hallo. Beim Thema bleiben. Wo ist der Schild? Warum sollte ich dir helfen? Du bist ungehobelt und grausam. Du machst dich über mein Leid lustig. Aber nein. Nein. Solange ich leide, soll auch niemand anderes glücklich sein. Und dein Leid würde nur enden, wenn dein Verlobter sich bei dir meldet? So ist es. Hm. Vielleicht. Naja. So gerne ich auch mehr Zeit mit dir verbringen würde. Ich muss weiter. Äh. 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 Ähm. Ja, ich würde sagen... Ähm. Vielleicht. Ja. Wir gucken mal. Vielleicht hat er ja jetzt... Äh. Äh. Ich muss noch mal irgendwas dazu zu sagen. Zu dem Krieger-Selt. Wir müssen unbedingt mit dem flirten. Hallo, Prinzessin. Äh. Ja? Kann ich den Zombie-Kopf mitnehmen? Ich darf den Kopf des Zombies wohl nicht mitnehmen, oder? Aber natürlich nicht. Er ist eine hart umkämpfte Trophäe. Über eine Viertelstunde habe ich auf das Vieh eingeschlagen, bis ich es endlich besiegt habe. Ich habe mich überhaupt nicht gewehrt. Schweig! Ich habe Schaden an dir gemacht. Viel Schaden! Ja. Ja. Oh, edler Paladin. Ähm. Ja. Gut. Weil hier wird er wahrscheinlich nach wie vor dasselbe sagen. Wegen deines Streitens. Damit hast du nichts. Okay. Und mich etwas an. Ich muss los. Ha, ha. Okay. Kann man denn jetzt hier irgendwie mit dem... Kann man denn... Den Kleber ins Gesicht schmieren? Nein, ich weiß es doch auch nicht. Äh. Irgendwas müssen wir doch machen können. Zum Killern. Ja. Hier. Popong ins Gesicht stecken. Oder so. Keine Ahnung. Äh. Ja. Oh Gott. Ich bin überfordert. Ich weiß nicht. Können wir denn... Kannst du dich nicht schminken und schick machen für den und dann geht's ab? Warum können wir... Ach doch. Ach, da können wir hin. Oder nicht? Da können wir hin, oder? Was macht der? Ich weiß es nicht. Er geht weg. Bleib stehen. Warum können wir nicht wieder zum Org-Lager? Das finde ich komisch. Da waren wir doch schon. Ne, wir kommen wirklich nirgendwo anders hin. Ähm... Tja, wir müssen beim Tau bestimmt noch was machen. Können wir nicht von dem uns sagen lassen, wie wir uns schön schminken? Der sieht doch auch so gut aus. Ja, ne? Mit dem Humpink. Ich höre dich. Ja. So. Ja. Da ist so ein Paladin und ein... Eine arme Seele, der er nicht verzeihen will. Gibt es nicht vielleicht eine Möglichkeit, wie man den Paladin dazu zwingen kann? Vergebung sollte vom Herzen kommen und nicht erzwungen werden. Ach, Mann. Das ist gut. Der Paladin isst gerne Rinderhack. Ja. Der Paladin ist doof und voll gemein und er isst gerne Rinderhack. Es ist nicht an mir, böse Menschen zu bestrafen. Ach, ey. Wie geil. Wenn wir nicht eingreifen, wird er noch jemanden verletzen oder töten. Einen Kopf hat er schon abgeschlagen. Nächstes Mal könnte jemand ernstlich verletzt werden. Ja. Das ist schlimm. Doch vielleicht ist er im Recht. Ich kann und will das nicht entscheiden. Wow, was ist das so einer, ey? Der macht ja gar nichts. Aber wenn der Paladin nicht einmal zuhört? Mein Freund bereut aufrichtig, was er getan hat. Er will um Vergebung bitten, doch findet kein Gehör. Das ist nicht gut. Jeder verdient eine Chance auf seinen Seelenfrieden. Ja. Und der Paladin lässt nicht mit sich reden. Keine Chance. Hm. Dann können wir ihn dazu bringen, zuzuhören. Wie? Mit einer Voodoo-Puppe oder sowas? Voodoo? Alles fauler Zauber. Nein. Ich werde einen Trank des Schlafwandelns brauen. Wenn du als erster davon trinkst und danach der Paladin, so kannst du seinen Körper für kurze Zeit übernehmen. Du kannst ihn zu deinem Freund laufen lassen und dort soll er sich die Entschuldigung anhören. Klingt wie Voodoo. Es ist kein Voodoo. Für den Trank brauche ich Haare des Paladin, eine Flüssigkeit seines Körpers, etwas von einem seiner Vorfahren und ein Stück seiner Kleidung. Äh. Aber ich brauche keine Puppe und keine Nadeln. Schon klar. Und wenn ich die Sachen besorge, brauchst du mir den Trank? So sei es. Oh mein Gott. Ein Stück von seiner Kleidung. Ja gut, das mit der Körperflüssigkeit. Der spuckt ja immer auf den Boden. Ja, da kriegen wir. Warte. Geht ein Pompom als Stück seiner Kleidung durch? Ein was? So ein Ding hier. So etwas zieht ihr Menschen an? Einige, wenige. Fast niemand. Wenn der Paladin das einmal getragen hat, wird es gehen. Aber ich will dieses Ding nicht. Gib mir nur einige Fäden, behalte den Rest. Oh geil. So, Trank des Schlafwagens. Ich muss mal raus. Irgendetwas stimmt hier drin mit der Luft. Viel Glück. So. Ähm. Sabber. Lederfetzen. Äh, ja. Vielleicht muss er irgendwo drauf. Guck mal, da ist so ein Fleck auf. Ja, ja. Das ist der feuchte Boden. Da spuckt er ja immer hin, wenn er Zombie sagt. Können wir da was nehmen einfach? Der Paladin spuckt immer wieder auf diese Stelle. Der Boden ist schon ganz durchweicht. Können wir da... Mit den... Ja, schön. Da bitte. Ein Spucknapf. Äh. Zu reizend. Ach, jetzt kann er da rein spucken. Ja, jetzt müssen wir ihn bestimmt nochmal auf den Zombie ansprechen. Na sicher. Hallo Prinzessin. Äh. Ich glaube, deinen Haaren tut das Warten hier draußen auch nicht gut. Was? Was? Ist es Spliss? Bitte lass es nicht Spliss sein. Die sind ziemlich staubig und verfilzt. Oh. Kim. Ja. So geht's. Ja, toll. Was war das eben für ein Kamm? Kann ich mal sehen? Darf ich mal sehen? Ja. Wieso? Oh oh. Was? Hast du eine Ahnung, was so ein Kamm deinem Haar antut? Spliss? Bitte nicht Spliss! Schlimmer. Siehst du hier? All die Haare? Der Kamm reißt dir die Haare aus. Oh nein. Ich dachte immer, das wäre normal. Normal? Wie kann das normal sein? Schau doch, wie viele Haare das sind. Und wie wenige du nur noch auf dem Kopf hast. An einigen Stellen schimmert schon die Kopfhaut durch. Mose. Wenn ich du wäre, würde ich diesen Kamm nie wieder benutzen. Nimm ihn weg, nimm ihn weg, ihr sollt mir nichts tun. Also gut, ich stecke ihn ein. Danke. Oh, danke. Geil. So, ähm, ja. Lass ihn spucken. Spuck mich an, Baby. Komm schon. Hallo Prinzessin. Was braucht ihr denn noch? Warum spuckst du jedes Mal, wenn wir über den Zombie reden? Allein seine Erwähnung lässt meine Galle steigen. Wessen Erwähnung? Die des Zombies. Ha! Nur beim Wort Zombie oder auch bei anderen? Nein, nur bei Zombie. Schön vollmachen. Und wenn ich es sage? Was? Zombie. Pah, dann nicht. Äh, okay. Ja. Ich wette, diesen Zungenbrecher bekommst du nicht hin. Zwölf Zombies zwitschern zöllige Zombiezoten zum zwischenzeitlichen Zungen. Zombie, äh, ähm. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Sag mal Zombie. Zombie. Pah. Danke. Oh, schön. So, wir machen einfach alles durch. Welches Wesen auf dieser Welt hasst du am meisten? Nacktmulle. Oh, Nacktmulle. Und dann? Zombies. Nacktmulle sehen auch so schön aus. Die sind so süß, weil die so hässlich sind. So. Kannst du mir bei meinem Kreuzwort-Rätsel helfen? Gesucht wird ein untotes Wesen mit sechs Buchstaben. Zombie. Ja, pah. Hm? Was? Zombie. Pah. Bambi? Ja. Aber Bambi hat nur fünf Buchstaben und ist gar nicht... Zombie! Pah. Äh. Bist du blöd? Das reicht. Genug von Zombies. Wende ich auch. So. Ich muss los. Männer. Hä? So, jetzt können wir den aber wieder nehmen. Boah, der ist ja Rand voll. Ja, oh ja. Hm. Am Boden hat sich ein kleiner Spuckesee gebildet. Das sollte reichen. So. Hm. Am Boden des Napfes befindet sich eine nicht unerhebliche Menge metrosexuelle Paladin-Spucke. Hm. Sieht aus wie ganz normale Spucke. Okay. Okay. Leute, ähm, die Folge, äh, ist zu Ende. Ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge weiter und können dann ja mal gucken, ähm, ob wir das irgendwie zusammenkriegen. Was fehlt uns jetzt denn noch? Weißt du das noch? Ja, wir bräuchten, äh, wir haben ihn ja... Äh, Haare, ne, von dem Pommel da. Ja. Das zählt, glaube ich, als Kleidung, ne? Ja. Wir haben Körperflüssigkeiten. Und was, wie war denn das dritte? War das nicht irgendwas von seinen... Von seinen Urerfahren? Vorfahren. Vorfahren. Der Kamm. Vielleicht. Keine Ahnung. Vielleicht der Kamm. Ja, werden wir dann sehen, machen wir in der nächsten Folge. Gehen wir mal zum Tauchen zurück. Weil Haare brauchten wir nicht, ne? Und fragen ihn, nö. Und fragen ihn nochmal, ob das reicht. Ja. Ich bin gespannt. Äh, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Die sind ja ganz schön lang geworden. Äh, egal. Ja, die langen Gespräche da immer, ne? Ja. Viel passiert ist ja nicht. Ne, überhaupt nicht. Okay, äh, ja. In der nächsten Folge ist Björn, dann denke ich auch nochmal dabei. Und, äh... Ach so. Ja. Und dann geht's weiter. Ja. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.